Ja, ich bin jetzt einfach wie so, ich bin wieder so wie, ich bin wie Daddy, Alter. Daddy kommt an Weihnachten irgendwie nochmal zurück, bringt dicke Geschenke mit und dann ist er wieder das ganze Jahr nicht verfügbar. Aber man hat gehofft, man hat gehofft, dass es dieses Mal vielleicht anders ist, Alter. Ja, dieses Mal bleibt er vielleicht auch über den zweiten Weihnachtsfeiertag hinaus. Aber dann schaut man aus dem Fenster, es hat geschneit und merkt, scheiße, fahrs auf Faser, Alter. Wo ist denn das Auto? Der Bentley ist wieder weg. Und dann gibt es irgendwie nur so eine lieblos auf den Anruf Beantworter gesprochene Nachricht irgendwie zu Neujahr, dass Faser irgendwie noch mit der Sekretärin einfach in die Malediven geflogen ist und sich gesagt hat, ja, aber natürlich, zu Ostern bin ich wieder am Start und Ostern schaut man auch wieder raus. Aber nix, nix von dem dicken Auto, Alter. Nix, gar nix ist da. So, das ist in etwa, so wird es laufen, ja. Und der Stream hier...